Und wir kommen jetzt zu einer Region, die hier sowieso auf dieser Veranstaltung im Zentrum steht, nämlich zu Kurdistan und zwar zu Rojava. Rojava ist kurdisch und bedeutet Westen. In Rojava wurde das Regime, das Assad-Regime, also der Staat, wurde 2012 durch die Volksbefreiungskräfte, die Frauenbefreiungskräfte und die Bevölkerung gemeinsam vertrieben, unblutig. Seit, sie konnten dann ein Jahr lang dort die demokratische Autonomie aufbauen und dann im Sommer 2013 begannen Angriffe des sogenannten Islamischen Staates und anderer radikaler islamischer Organisationen auf das Gebiet von Rojava. Dann wurde der Kanton Kobani, der mittlere von drei befreiten Kantonen, wurde fast vollständig vom sogenannten Islamischen Staat eingenommen im letzten Sommer und wir im letzten Herbst. Und wir fragen uns natürlich, inzwischen hat die Volksbefreiungsbewegung, die Frauenbefreiungsbewegung, haben den Kanton weitgehend befreit, aber er ist auch zu großen Teilen zerstört, vor allen Dingen die Stadt Kobani ist zu 80 Prozent zerstört. Und wir fragen uns natürlich, wie kann der Kommunalismus unter den Bedingungen jetzt überhaupt geschaffen werden? Wie schafft man es überhaupt, etwas aufzubauen unter den extremen Bedingungen? Und wir begrüßen hier jetzt Hewale Mustafa Abdi, er ist Jurist, Minister für Regionalangelegenheiten und für Stadtverwaltung in Kobani und er ist Co-Vorsitzender zum Wiederaufbau von Kobani. Hewale Mustafa Abdi Becherhati. Applaus Denkt er? Hört ihr was? Über das Mikro? Ja. Bissarida, Spassidken. Beholdet Das podcast mitveh competeislumble, sogenannt in Kobaniischen profileel. Die Jugendliche Goldene da. Mitseidige und ordentliche Katam Und die Ver Noraen. Drie, insexenheit, bin ich vomțirend um die Kopern unter der Karst am JetThank. Wir werden criminal every journals und irgendwie so Eenunde tätig settловend antrin zu sein. Ich brauche, erinnerke, Sie sind vor das blurry encanta. Vielen Dank. 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 Er war auch während des Krieges die ganze Zeit in Kobani, genauso wie Herr Waller Asya Abdullah. Sie waren bis zum Schluss mit den Kämpfenden zusammen dort vor Ort.